Danke, Bernhard. Wenn du hier schon die Werbetrommel für den Ostermärsche in Bonn rührst, dann können wir auch, glaube ich, langsam beginnen. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle, die zuschauen. Wir haben hier heute einen Livestream, weil in wenigen Tagen die Ostermärsche beginnen. Und durch die aktuelle Corona-Situation gibt es natürlich viele Fragen, die da offen sind. Und darüber wollen wir heute zum einen reden. Und dann haben wir später noch ein zweites Thema, nämlich die Euro-Drohne. Und dazu haben wir jeweils Gäste, nämlich zum einen Bernhard Bergmann vom Ostermarsch in Bonn. Herzlich willkommen. Danke, Bernhard, dass du da bist. Danke auch. Und zur Euro-Drohne haben wir von der IPPNW die Susanne Grabenhorst da, die uns ein bisschen aufklären wird, was da gerade ansteht. Schönen guten Morgen. So, dann würde ich vorschlagen, beginnen wir direkt mit dem ersten Thema, nämlich den Ostermärschen und wie es mit der aktuellen Corona-Situation aussieht. Ihr wisst, die Zahlen gehen wieder hoch und viele Veranstalterinnen und Veranstalter sind verunsichert, ob die Ostermärsche jetzt wie geplant stattfinden können. Und deshalb dachten wir uns, wir reden heute mal darüber und wir gucken uns auch ein gutes Beispiel an, wie man trotzdem die Ostermärsche verantwortungsvoll gestalten kann. Und wir vom Netzwerk Friedenskooperative haben uns gedacht, der Bonner Ostermarsch hat das sehr gut gemacht und darüber reden wir jetzt mal mit Bernhard. Ja, erzähl vielleicht erst mal Ostermarsch unter Corona-Bedingungen. Was bedeutet das denn für euch als Veranstalterinnen und Veranstalter? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Erstmal natürlich mehr Stress. Ganz einfach. Es ist viel mehr zu beachten. Wir haben noch nicht eine sehr lange Tradition. Wir haben den Ostermarsch hier in Bonn 2014 gegründet. Was heißt wir? Vielleicht etwas seltsam für Außenstehende. Ich komme von der Gruppe Hand in Hand. Das ist eine Mixing-Gruppe, die den Bonner Naturfreunden nahesteht. Und diese Gruppe kam 2014 auf die Idee, wir bräuchten in Bonn einen Ostermarsch und ist einfach losgelaufen. Als Gruppe inzwischen sind wir angelangt so etwa bei 400 bis 500 Leute, die jedes Jahr teilnehmen und werden von insgesamt 41 artischen Gruppen unterstützt. Also ein sehr breites Spektrum, sodass man denken könnte, wir könnten uns jetzt auf sehr viele stützen bei der Vorbereitung. Es ist aber nicht so, ein Großteil der Arbeit bleibt bei wenigen Leuten hängen. Das war vor Corona so und es ist bei Corona das gleiche. Ja, das mag man gar nicht glauben, weil ich habe da wirklich einen ordentlichen Ostermarsch über die Jahre auf die Beine gestellt. Und wir beobachten natürlich auch, wie die Ostermärsche in den verschiedenen Städten in Deutschland so ablaufen und wie viele Leute da hinkommen. Und da ist der Ostermarsch mit so 500 Leuten schon immer eine Bank. Das macht ihr richtig gut, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir freuen uns da jedes Mal drüber, über die Bilder. Ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, warum ist es denn euch so wichtig, dass auch jetzt trotz Corona der Ostermarsch stattfindet? Ja, also einerseits ist es die Frage natürlich von Wahrnehmung von Bürgerrechten. Aber die andere Sache ist mal eine ganz praktische Überlegung. Wir haben letztes Jahr einen ausfallen lassen. Also auf Hochdeutsch, wir sind letztes Jahr zu zweit durch Bonn gelaufen. Alles war leer. Und die Frage ist, kann man einfach auch nahtlos dann noch nach zwei Jahren anknüpfen an der Tradition? Weil das hatte ja eine eigene Dynamik. Also immer mehr war das sozusagen in Bonn in bestimmten Kreisen so das Thema. Logisch an Ostern, wenn ich da bin, gehe ich auf den Ostermarsch. So was geht ja auch mal wieder verloren. Also das war so die praktische Überlegung. Die andere Überlegung war, dass bei Corona ja die Welt nicht stillsteht. Flüchtlinge ertrinken nach wie vor im Mittelmeer. Es wird nach wie vor aufgerüstet, die ganze Sache. Die Umwelt wird zerstört, Leute in die Flucht getrieben etc. Das ganze Leben läuft weiter. Auch wäre das ganze Leben falsch. All das, was uns bedroht, läuft weiter während Corona. Und da einfach still zu halten, fiel uns ausgesprochen schwer, sodass wir gesagt haben, wir müssen irgendeine Form finden, wie wir das auf die Straße bringen. Und wir hatten schon im Vorfeld uns überlegt, es könnte sein, dass wir mit höheren Zahlen anrechnen müssen, dass wir also, dass die Pandemie weiter ansteigt und haben von vornherein. Also das mit einkalkuliert in unser Konzept. Ja, dann erzähl doch am besten mal direkt davon. Ich habe gehört, euer Konzept war so gut, da habt ihr sogar Lob vom Gesundheitsamt bekommen. Ja, um zu sagen, seit 15 Uhr haben wir die Genehmigung des Bonner Ostermarsches durch die Polizei Bonn und den Gesundheitsamtes. Ja, wie sieht die Sache aus? Im Prinzip so ein bisschen Anhang an Nassim Ikhmert, der mal, ja, die Frage, Brüder, also sozusagen stolz wie ein Baum, und brüderlich wie ein Wald zusammen, wie schaffen wir es, dass jeder Einzelne einzeln ist und wir trotzdem solidarisch zusammenhalten. Und da haben wir uns gedacht, das wäre ja wunderbar, wenn wir das mit Bändern machen. Also ein ganz langes Band. Nehmen wir mal an, wir sind dann, ich sage jetzt mal eine Zahl, vielleicht ist es nicht, ich vermute, es werden dieses Jahr nicht so viele werden wie sonst. Nehmen wir mal an, es sind 400. Und dann ist dann zwischen jeder Person mindestens drei Meter Abstand und wir laufen grundsätzlich nur zu zweit in einer Reihe, weil auch zwischen den beiden ist mindestens drei Meter Abstand und bilden dann sozusagen zwei lange Bänder der Solidarität, die dann etwa einen Kilometer lang ist. Das heißt im Prinzip wie eine Menschenkette, die in Bewegung ist. Ja, so ist es. Genau so wollen wir auf dem Platz marschieren, uns dann teilen und dann in Schlaufen auf dem Platz aufstellen, wobei wir einen Platz gesucht haben, wo wir sozusagen auch diese Abstände halten können und durch das Konzept, also der praktische Hintergrund ist, wenn ich natürlich hier ein Band habe, habe ich auch einen fixierten Punkt. Ja, also abgesehen davon, dass es der Ausdruck der gemeinsamen Solidarität ist, ist es natürlich auch einen fixen Punkt, sodass wir die Bänder gut aufziehen können und die Leute einen entsprechenden Abstand halten. Wir mussten nur darauf achten, dass wir wesentlich mehr Platz brauchen als sonst und natürlich auch von der Lautsprecheranlage eine stärkere, damit die Leute nicht, um etwas zu verstehen, aufhören. Und euer Ostermarsch ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, immer ein sehr musikalischer Ostermarsch. Das heißt, es wird leider wahrscheinlich auch dieses Jahr weniger gesungen, oder? Ja, also ich sagte ja, der offizielle Veranstalter ist die Gruppe Hand in Hand. Das ist eine Mitsing-Gruppe. Es wird gar nicht gesungen, allerdings ein kleines Ensemble von uns wird sozusagen die Kundgebung begleiten mit verschiedenen Liedern, zum Teil auch neu komponierten Liedern, speziell jetzt für den Ostermarsch. Ja, klasse, da bin ich schon mal auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich bin natürlich auch da beim Bonner Ostermarsch. Aber lass uns doch noch mal kurz hören, was sind denn eure Themen, die euch dieses Jahr bewegen? Ja, also vielleicht auch, ich weiß es nicht, ein Akzent, vielleicht ein bisschen anders wie in anderen Ostermärschen, wie wir uns gegründet haben, 2014, haben wir von vornherein nicht nur den Ost-West-Konflikt im Auge verhalten, sondern alle kriegerischen Zustände auf der Welt, aber auch die Fluchtsituation. Sodass also hier die Integration gerade der Menschen, die im Bereich Flüchtlinge arbeiten, in den Ostermarsch von Anfang an war, sodass dann sozusagen erweitert auch um die Frage Ökologie, also Fridays for Future ist bei uns mit dabei. Jetzt auch die Zusammenhänge mit der Pandemie Corona, wo das Geld jetzt für Rüstung ausgegeben wird, wo wir es so dringend bräuchten im Gesundheitswesen. Das heißt also, wir haben auch aus dem Gesundheitsbündnis jemand dabei. Also wir versuchen, das Thema Frieden weit zu verstehen und die Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen den Themen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Ja, klasse. Auch das klingt gut. Ist denn das Thema Drohnen auch bei euch ein auf der Tagesordnung? Eher etwas kürzer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt also, wir starten ab, erst mal in kurzen Einleitung zum Thema neues Versammlungsgesetz, typisch ein NRW-Problem, aber dann mit der Frage der momentanen Aufrüstung. Da kommen natürlich die Drohnen vor. Aber die neuen Atombomber und so weiter, wir sind ja nicht weit weg von Büchel mit seinen Atombomben und alles, was da passiert. Aber um das mal Ganze aufzuzeigen und auch in Zahlen auszudrücken, was heißt denn diese zwei Prozent und wo fehlen denn diese auch? Um dann überzugehen sozusagen zu den Themen, für was brauchen wir auch das Geld? Dann kommt halt die Frage Gesundheit und dann die Zusammenhänge mit Flucht, da wird jemand von der Seebrücke mit dabei sein, Umwelt macht jemand von Fridays for Future. Ja, Gesundheit habe ich schon gesagt, also von dieser Gesundheitsbündnis, das es jetzt gibt hier in Nordrhein-Westfalen für eine Volksinitiative. Und am Schluss wollen wir dann, ja und auch die Frage der sozialen Kosten von der ganzen Sache einen eigenen Beitrag und wollen dann zusammen am Schluss nochmal alle Punkte nochmal sozusagen in kurzen Stakkatos vortragen, mit wechselnden Sprecherrollen, immer nur drei Sätze, um sozusagen auch von der Art und Weise, wie wir vortragen, nochmal eine Botschaft drüber zu kommen, was uns ganz wichtig ist, am Schluss soll eine Botschaft stehen, dass wir tatsächlich es packen können, dass wir optimistisch sind und dass es darauf ankommt, sich jetzt zu engagieren und wir hören dann immer auf, traditionell mit dem Lied, wie ich selber auch war kann. Klasse, okay, ich bin gespannt, ich freue mich drauf und Bernhard, jetzt danke ich dir schon mal soweit, wenn du magst, kannst du gerne noch dabei bleiben, du kannst aber auch die Konferenz hier verlassen, denn jetzt geht es zu meinem zweiten Gast, nämlich zu Susanne Grabenhorst, die sich auch damit befasst, was eine Menge kostet fürs Militär und wo es dann am Ende fehlt. Es geht jetzt um die Euro-Drohne. Ja, Susanne, erzähl mal am... Mal beim Video. Am 14. steht im Haushaltsausschuss eine große Entscheidung an. Worum geht es da? Also es geht um die weiteren Entwicklungskosten der sogenannten Euro-Drohne. Das heißt, es ist eine Vorlage vom Verteidigungsministerium und das Finanzministerium hat die aber kommentiert und da soll jetzt über meines Wissens über weitere drei Milliarden Entwicklungskosten für die Euro-Drohne entschieden werden. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann ist das Finanzministerium auch der Meinung, dass die Euro-Drohne droht, ein ziemliches finanzielles Desaster zu werden und dass es am Ende doch noch mal deutlich viel mehr sein könnte. Ist das richtig soweit? Ja, also das steht wohl in einem... Sagen die Medienberichte, steht wohl in einem Kommentar dazu. Das scheint etwas so ambivalent zu sein, dass es zwar kritisiert wird, also dass die Verhandlungen mit den Konzernen nicht so gut gelaufen sind, nicht so abgesichert sind, dass die Gewährleistungszeit verkürzt wurde und dass das Risiko sehr stark auf Seite des Auftraggebers oder der Auftraggeberin liegt. Trotzdem ist dann insgesamt doch wohl eher eine positive Empfehlung dabei, dass es zunächst mal weitergeführt werden soll. Was dann letztendlich im Haushaltsausschuss entschieden wird, ist ja noch nicht so ganz sicher. Also wir haben es ja im Dezember erlebt, dass dann doch überraschend, da ging es dann um die deutschen Drohnen, um deren Bewaffnung, dass dann relativ überraschend doch nochmal eine Verschiebung stattgefunden hat. Diesen Bericht, um den es da geht, da gab es in der letzten Woche auch einen Artikel bei der Tagesschau bei, den können wir natürlich den Zuschauerinnen und Zuschauern auch in die Kommentare gleich im Anschluss posten. Dann kann das nochmal nachgelesen werden. Was noch ein interessanter Aspekt dabei ist, ist ja, dass die Euro-Drohne, die Finanzierung der Euro-Drohne auch noch gekoppelt ist an andere Rüstungsprojekte. Das scheint mir doch sehr problematisch zu sein. Wie siehst du das, Susanne? Ja, so, dass die Euro-Drohne hängt zusammen. Also praktisch haben wir im Moment mit dieser autonomen, dieser Frage der autonomen Kriegsführung praktisch drei Projekte. Das ist einmal die, so als ersten Schritt quasi, die Bewaffnung der Bundeswehr-Drohne, der Geliesten, der Herren TP, jetzt das zweite, die Euro-Drohne. Das ist ein Projekt von drei EU-Staaten, Deutschland, also vier, also von Deutschland mit drei weiteren EU-Staaten, Frankreich, Italien und Spanien. Und das Ganze steht wiederum mit dem dritten Themenbereich, dem FKAS, dem Future Combat Air System, hängt das zusammen. Das ist eine noch langfristigere und noch größere Planung. Und da wird von Kosten von 500 Milliarden gesprochen. Da ist eben ein sehr großes Kampf, also ein Kampfflugzeug, verbunden mit Drohnenschwärmen. Und da wird sich wahrscheinlich die Euro-Drohne irgendwie, also könnte ein Bestandteil sein oder irgendwie angedockt sein. Das heißt, wenn der Haushaltsausschuss jetzt Ja zu der Euro-Drohne sagt, wird auch schon der erste Baustein Baustein bei FKAS mitfinanziert. Könnte man das so ausdrücken? Ja, würde ich schon sagen. Also das ist eine Möglichkeit, auch weitere Erfahrungen zu sammeln mit solchen Waffensystemen. Es ist eine Möglichkeit, in dem gesamten Rüstungsgeschäft weiter Füße in die Türen zu bekommen, weil die deutsche Airbus-Niederlassung quasi oder Tochter wird ja da führend sein oder soll führend sein. Ja, das ist einfach ein weiterer Schritt auf einer schlüpfrigen Bahn in Richtung immer mehr Rüstungswecklauf und immer mehr autonome Kriegsführung. Und ich vermute mal, ihr von der IPPNW werdet das weiter im Blick behalten und auch dazu aktiv werden. Wir vom Netzwerk Friedenskooperative auch. Und du bist ja auch jetzt nicht erst seit gestern zu dem Thema aktiv, sondern auch schon seit einiger Zeit. Was ist denn dein Gefühl? Bringt das was, dass wir uns da einsetzen gegen die Bewaffnung von Drohnen? Nochmal kurz zur Motivation. Also wir von IPPNW beobachten die bewaffneten Drohnen vor allen Dingen deshalb wegen der humanitären Konsequenzen, aus unserer medizinisch-gesundheitlichen Perspektive, die eben, wir kommen eben zu dem Schluss, dass diese Waffen nicht präziser sind und weniger zivile Tote haben oder gar weniger starke Verletzungen machen. Für all das gibt es gut Gegenbeweise. Also sie sind eine große gesundheitliche und psychische Belastung. Und wir sehen eben große Gefahren in der Autonomisierung des Kriegs. Und das Dritte ist, dieses FK-System soll nach Willen Frankreich, also die sind wohl etwas offener mit ihren Plänen, auch atomar bewaffnet werden können. Also es hat das mit dem ganz ureigensten Thema der IPPNW, den Atomwaffen, auch was zu tun. Und deshalb versuchen wir zu diesem Thema aufzuklären und zusammen mit anderen, mit dem Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen, in dem auch die DFGVK ist, oder die Drohnenkampagne, versuchen wir gemeinsam Aufklärungsarbeit zu machen und auch Lobbyarbeit. Und ja, da haben wir halt eben im Dezember, denke ich, daran mitwirken können, dass diese Entscheidung der SPD anders gefallen ist, als man befürchten musste. Also da war sicherlich die Lobbyarbeit im Parlament parteiübergreifend sehr wichtig. Und es war aber auch sehr wichtig, das Engagement von vielen, gerade Friedensbewegten, die sich an ihre Abgeordneten gewandt haben. Und jetzt nicht zu vergessen, die SPD-Basis. Also da war doch sehr viel Widerstand und es gab Beschlüsse. Und ja, da konnte das dann erst mal zumindest verhindert werden. Und um ein bisschen zu dem Thema von Bernhard von vorhin zurückzukommen. Ich würde fast sagen, das war doch ein Riesenerfolg der Friedensbewegung, dass da im vergangenen Jahr geschafft wurde, dass nicht Millionen für Rüstung ausgegeben werden, und stattdessen für andere Bereiche zur Verfügung stehen. Ich glaube, das war doch für uns alle sehr motivierend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das hat gezeigt, dass es sich lohnt, eben Fakten zu verbreiten, Veranstaltungen zu machen, Betroffene zu Wort kommen zu lassen, auch in Corona-Zeiten zu versuchen, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, was wir durch diese Online-Formate gemacht haben. Und das wollen wir auch jetzt wieder tun. Also wir haben die Hoffnung, dass wir auch am 14.04. zumindest Gehör finden, wenn wir jetzt unsere Briefe schreiben. Also wir wollen in dem Arbeitskreis Briefe entwickeln, die an die Mitglieder des Haushaltsausschusses gehen. Und wir wollen eben auch in der Friedensbewegung weiter über dieses brisante Thema informieren. Und in Zukunft werden ja wieder weitere Entscheidungen einstehen. Und es ist Bundestagswahlkampf. Und in den Parteien ist es auch nicht so eindeutig, dass man das unbedingt will, diesen teuren, hochproblematischen Aufrüstungsschritt. Also da rechnen wir uns schon Chancen aus, da auch Abgeordnete erreichen zu können oder Kandidaten und Kandidatinnen erreichen zu können. Klasse. Ja, wir bleiben, denke ich mal, alle aktiv bei dem Thema, um zum Ostermarsch zurückzukommen. Susanne, erzähl mal. Es gibt verschiedene Wege in diesem Jahr, sich am Ostermarsch zu beteiligen. Welchen nimmst du denn? Von zu Hause aus, virtuell oder wirklich auf der Straße? Also ich plane, am Samstag nach Düsseldorf zu fahren und da an dem Ostermarsch teilzunehmen. Das ist dann der Auftakt vom Ostermarsch Rhein-Ruhr. Genau. Ja, was Näheres gibt es hier bei uns wohl nicht im Moment. Dann wird es aber höchste Zeit, dass spätestens im nächsten Jahr auch in Mönchengladbach ein Ostermarsch da ist. Prima. Okay, dann danke ich euch beiden, Susanne und Bernhard, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wo bei euch die nächste Ostermarsch-Aktion stattfindet, das könnt ihr bei uns auf der Website finden unter www.friedenskooperative.de und für alle, die auch entweder keinen Ostermarsch in ihrer Umgebung haben oder wegen der Corona-Situation nicht teilnehmen wollen, es gibt auch die Möglichkeit, sich virtuell zu beteiligen auf ostermarsch.de. Und ja, ich hoffe, dass es am Wochenende wieder vielfältige Aktionen der Friedensbewegung gibt. Und wenn es auf der Straße ist, dann natürlich mit genug Abstand und Masken natürlich. und was es sonst noch für Auflagen von den Versammlungsbehörden gibt. Und ja, Susanne, Bernhard, danke, dass ihr dabei wart. Und von uns aus dann einen schönen Abend noch an euch alle und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.